Österreichs Match gegen Italien hat gerade angefangen, der Österreicher in Blau interessanterweise, sein Gegner aus Italien im Teamwettbewerb stehen im Halbfinale, Österreich und Italien, das ist der erste Kampf gerade und den gewinnt der Österreicher fast schon ganz sicher. 8 zu 2 die Führung hier in der Kategorie der 59 Kilogramm Männer und man sieht zufriedene österreichische Gesichter, wenn ich mich ein bisschen nach rechts drehe und der Sieger steht also fest, der kommt aus Österreich, und der nächste Kampf kann schon beginnen. Beim Ringen sind übrigens auf eine Halbzeit zwei Minuten zu rechten, dann dauert eine zweite Halbzeit wieder zwei Minuten und dann gibt es Verlängerung, wenn es bis dahin keine Entscheidung gab. Zufriedene Gesichter, also auf österreichischer Seite. Danke.